Hallo, mein Name ist Gerhard Geidobler, ich bin Versicherungsbetriebswirt. Was erwarten Sie von einer guten Versicherung? Es beginnt mit einer individuell abgestimmten Beratung. Mir liegt am Herzen, mit Ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die Sie begeistern. Darüber hinaus heißt für mich Versicherung ein unbedingtes Leistungsversprechen gegenüber meinen Kunden, egal ob im Schadensfall oder nur schnell für eine verbindliche Auskunft. Probieren Sie es aus. Ich freue mich auf Sie.